Ich bin Martin Junitz, I'm the best Jazzman in diesem Bauernloch. Ich würde eher sagen, sowas wie die größte Niete. Der muss zum Arzt, der ist doch nicht normal. In Prag haben sie irgendwelche Musiker verhaftet. Wieso soll man denn eingebuchtet werden für ein bisschen Rock? Nun frag dich selbst, willst du hier versauern, bei deinen Schwiegereltern hängenbleiben? Wir beide gründen eine Band. Das meinst du doch nicht im Ernst. Welche ist die wichtigste Gattung der Kunst? Musik. Nein, Film ist die wichtigste Gattung der Kunst. Das hat schon Lenin gesagt. Ja, ich meinte auch. Aber Musik akzeptieren wir auch. Musik ist Musik, kapierst du? Du willst doch einfach nur noch rumsitzen und trompeten. Martin? Komm nach Hause. Du wärst frei wie ein Vogel. Du wärst frei wie ein Vogel. Puppen. So viele du willst. DasFL militiert just bei dem mit Hans-Muelsiß... Dramatisch. Dramatisch. Hgesetzt. Hey, was singst du denn da? Keine Ahnung, ist Ungarisch. Seht ihr, in dem Fall steht er auch nichts.